So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elegmatis, die Seelen von Maple Creek. Beim letzten Mal haben wir ewig lange hier rumgesucht und wir mussten tatsächlich ganz so viele Tipps arbeiten, weil ich stehe echt auf den Schlauch. Wir haben jetzt aber die Triche. Damit können wir hier diese Tür öffnen und das machen wir auch mal direkt, damit wir endlich mal vorankommen. Oh, Kacke. Okay, den habe ich. Da kam kein Zahnrad. Jetzt. Okay. Okay. Äh, okay. Der ist aber auch echt in dem blöden... Winkel. So, wir dürfen rein. Wir dürfen ins Bootshaus. So. Ah, hier. Da hatten wir doch auch was. Bootshaus. Hier. 6 0 9 1 3. 6 0 9 1 3. 6 0... 6... 0... 9... 1... 3. Da ist aber das Teil, was wir für den... Für die Kirche noch brauchen. Und ich glaube, das ist eins für den... Ja. Für den Friedhof. Damit wir an diesen Tor mit dem Gitter rankommen. Und hier dürfen wir wimmeln. Das ist sehr schön. Gut. In dem Bootshaus darf es auch mal unordentlich sein. Aber diese Unordnung geht sogar. Also, ne? So, wir brauchen einen Universalschlüssel. Eine Thermosflasche und Schnorchel. Ein Schnorchel. Okay. Das ist das Schnorchel. Thermosflasche. Ah, ne. Das war der Whisky. Das ist die Thermosflasche. Universalschlüssel. Windradmuschelstern. Muschel. Windrad. Und Seestern. Laterne und Eimer. Eimer. Laterne. Radio Andy. Boje. Boje. Radio. Ja, Mensch. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Hier dazu zwei Paddel. Okay. Das mit der Metallsegel. Ja. Funktioniert super. Leckschaden und voller Wasser. Ich muss zuerst das Leck abdichten. Ja, das kann heiter werden. Wasserfestes Harz. Okay, dafür brauchen wir aber Harz. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich an Harz? Denk mal hier drüber. Ja. 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 Ich glaube, ich brauche da wohl noch ein bisschen zu. Hier, wir sind am See wohl noch nicht fertig. Ja, gut. Darfst du einfach nur reinlegen? Ich denke mir, das wird es gewesen sein, oder? Ja. Es war nur, dass wir die Dinger da reinlegen. Ich glaube, wie er da einfach mal so locker flockig sitzt und einfach nichts tut. Okay. Aber wir wissen ja, wo wir noch weiterkommen können. Und zwar hier. Okay. Was ist hier hinter? Ein Gemälde eines Ritualmordes. Ragt etwa aus dem Gemälde heraus? In der Leibwand gibt es einen Hohlraum. Um Asmodai. Das sieht genau wie der Dörch aus, den der Mann aus meinem Zimmer gestohlen hat. Hier ist was. Und da ist auch was. Neue Schlussfolgerung. Ich glaube, wir erstmal gucken. Ah, okay. Hier ist das Harz. Sieht nicht so sehr stabil aus. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Axt. Dann später. Wenn wir die irgendwann mal zusammengebastet kriegen. Beweise. Das hier. Nee. Aber zum Ruhencode passt das auch nicht zum Tatort. Okay. Wir nehmen durch wahrscheinlich. Das Gemälde zeigt eine finstere Ritualszene. Dies muss der Tatort sein. Und die Form oben auf dem Bild. Ich kenne es wieder. Die Opferstätte muss irgendwo unter der Erde sein. Ich muss einen Weg dorthin finden. Okay. Damit hätten wir auch das Opfer abgeschlossen. Wir kommen voran. So, jetzt dürfen wir einmal zum See. Okay, alles ist bereit. Aber... Wie kriegen wir das denn... Warte. Damit können wir jetzt... Ha, das fällt mir jetzt gerade wie Schuppen vor deinen Augen. Wir können in den Eimer Wasser einlassen. Wasser einlassen. Und können dann die Luke unten im Keller fluten, damit wir an den Korken kommen. Und den Korken stopfen wir in das Boot. Hm? Geile Idee? Ja, finde ich auch. Ich dachte gerade so, okay, was will ich denn jetzt mit dem Eimer? Ich meine, wenn ich Sunny rausfischen kann... Was bräuchte ich das denn? Ja, machen wir das... Machen wir das doch. Passt doch. Aber... Okay, warte mal. Okay. Okay. Den Korken können wir reinsch... Okay, wir haben aber nichts, um das Harz zu transportieren. Es bleibt dabei tatsächlich. Das ist scheiße. Okay. Okay, war der Plan noch nicht ganz so gut. Also, klar, er hat funktioniert. Aber halt nicht im Sinne von... Das wäre da was mit dem Kunden. Okay, das Ganze setzt jetzt natürlich nicht ein. Weitere Wald. Ja. Okay, hier muss ich also gar nicht hin. Warte mal. Hm. Hm. Okay, es muss also... Es ist nicht hier. Es muss entweder hier... Hier... Oder im Keller sein. Ah, es ist im Keller. Okay. Gut. Ankreuz. Ankreuz. Radmuttern. Puderdose. Ankreuz ist das nicht. Hier. Die ist ägyptische. Ja. Radmuttern. Puderdose. Blübündnis, Stirnband, Latschen. Latschen. Stirnband. 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 Okay. Ach da. Und die Glühbirne. Glühbirne. Ein Taktus, Pipette, Schiff. Taktus. Pipette. Schiff. Sieg, Hut, Pilz. Sieg. Hut. Okay, das war Sieg. Und Pilz. Wir kriegen eine Pipette. Okay, können wir mit der Pipette das jetzt machen? Huch, nein, nicht zum Turm. Bitte nicht zum Turm. Und das jetzt... Okay, es geht. Ja, manchmal ist man echt blöd. Okay. Und dann einmal das andere Ufer. Gut, hier ist nichts. Hier. Hier. Take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Das ist die Frage. Blut und dann zerschnittenes Seil. Es erinnert mich an etwas oder was? Genau. Das Ritual. Die Einkerbungen sind mit Moos überwuchert. Und hier ist das dritte Teil. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht groß weiter gerade. Also nein, wir finden einfach, womit wir das Moos abschaben können. Aber wir haben trotzdem etwas, was uns am Friedhof weiterbringt. Das war dieses Symbol. Willkommen zum Grab. Oh Gott, will ich wissen, was da runterliegt? Sie scheint noch zu leben. Kate Burroughs? Are you all right? I'm here to rescue you. That old preacher did this. I don't even know what he wanted from me. Shh. He might still be lurking around. I need to get you out of Maple Creek. But my car's broken down and the CB radio's just broken. Can't we phone someone? And what about the others? No one will help us now. And the phone lines are down from the storm. Have you seen my boyfriend? He has a car. I'll go look for him. You go hide and wait for us at the gas station. And whatever you do, don't get found. Genau, weißt du ja auch so einfach. Lass sie nicht entdecken. Merkwürdig, die Urne rührt sich nicht. Und die Decke scheint mechanisch zu sein. Okay. Hätte ja funktionieren können. Aber hier können wir wimmeln. Und ganz schön unordentlich für eine... Ja, für ein Grab. Für ein... Gemäuer. Naja, okay. Vorhin geschlossen. Mars-Symbol für Haken. Was ist denn ein Mars-Symbol? Okay, wahrscheinlich eins von diesen Dingern hier, ne? Ich weiß noch nicht, was ein Mars-Symbol ist. Ähm... Vorhängeschloss und Schürhaken. Vorhängeschloss? Schürhaken. So, Mars-Symbol. So, Mars-Symbol. Mars-Symbol. Hm. Okay. Laterne, Blase, Balkon, Gelstock. Na, das hier. Ah, okay. Okay, Laterne. Eine. Zwei. Blase, Balkon, Gelstock. Blase, Balkon, Gelstock, Schaufel, Hammer, Axtstiel. Ah, ich glaube, hier kriegen wir unseren Axtstiel. Hammer. Und Axtstiel. Da. Kolibri, Zepter, Segel. Segel. Ähm. Zepter. Und Kolibri. Wo ist denn hier ein Kolibri? Da. Jep, wir kriegen unseren Axtstiel. Nein. Falsche Richtung. Ja, aber wirklich. So, bevor wir aber da reingehen, werde ich hier ein paar bänden. Und ich glaube, in dem Partei hier haben wir ganz gut was geschafft. Nicht so wie ich dem davor. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ja. Lasst doch gern ein Like da. Oder wenn euch meine Videos gefallen, auch ein Abo. Und schreibt mir auch gern euer Feedback in die Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Part. Tschau. Detektiv, inside are the answers to the remaining riddles. You've gone too far, Detektiv. You're the only videos. You're the only videos. You're the only videos. вокруг DOOM you're the only videos. You're the only videos. Bye. Vielen Dank.